nur die Sparks Hallo Jungs und Mädels und an alle Freunde des Computer Spielens wir spielen bzw. ich spiele alleine um er die Schlacht in der Mitte Erde und zwar rr Prozent Prozent um die Böse Kampagne hat gesagt an die ich mag den anderen Part und jetzt tue ich mal so als könnte ich das Spiel nicht er als könnte ich das Spiel und um einfach mal so ein paar Dinge her dort ihr Flaschen und jetzt soll es mir hier Bild Ego und KF also ich hab's Prozent sorry dafür Leute ich hab's auf Englisch weil ich hab's Englisch ab und ich werde es nicht auf Deutsch stellen können ohne es neu zu installieren und dazu bin ich zu faul und jetzt soll ich hier schön ein paar Now left click the Goblin cave will build two hearts of bla 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 fick dich äh er hat das ist nicht die Kula umsetzen ja hier kennt ihr hier sind meine Helden wir schauen mal in der Skulls das ist ja das kurz mehr mit einer Skulls sein als Kult und Saurons Mund was man dort trugst er kamen wir haben jetzt zu übernommen er steht er hat mich so dass wir nicht haben können es ist oder wollen das sind so die Dinger wurde ich aus dem jedenfalls an mich erklärt hat und weil sie fragt wie ich jetzt warum ich jetzt so so hier Prozent so hier zu Hause und so hier nach dem Motto hier bauen und so nach dem Motto er immer auf 100 Prozent und so ja es ist Multiplayer bin ich gewohnt dass ich einfach immer schön schickt dass ich 100 Prozent von dem Karmus von mehr als einheiten Kuh erst K K K K K K ich soll nur ein bisschen mehr eine Tanne die Steckenswürfelder die Bestrengung zu erraten er wird die die so so die TIE ist uns äh ja nur objective ist es wird jetzt diese erste Mission ist halt ein bisschen Läden einfach deswegen weil ich halte uns insbesondere ich weiß schon alles wie ungefähr wie es geht und und wie gesagt es ist immer so die Auffahrmission wo du einfach nur rum schimmelst und eigentlich nix tust und deswegen ja alle an meinen Helden hier hin Fischer ist komplett jetzt kann ich Höhlen-Trolle kaufen wir müssen die Fischer Select your newly built Fischer, dann klick Upgrade Button also ich muss sie upgraden um diese Trolle bauen zu können hier steht dran ehhh hehehehe WTF steht nicht dran dann ähnlich das ist einfach Upgrade also Upgrade dann wird halt hier das steht dran Level 2 10% faster Build Speed also das 10% schneller ausbildet und erlaubt die Ausbildung von Halbtroll Plünderinnen aber wir sind nicht im Multiplayer deswegen kann ich hier nur Cave Trolls bis jetzt bauen weil es eine Mission ist, oh ich kann ja noch ein Karr... äh ne, Execute der Fischer has been upgraded jetzt kann ich Cave Trolls bauen, Select your Fischer to build Cave Troll weil ich scanne einfach mal 3 da 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 den lasse ich noch so'n Hof bauen den lasse ich hier auch n'hof bauen und den Opferi der soll hier unten auch noch mal ein Hof holen bauen hä? wo kommen die hier? wurscht wie ging es nochmal, ich weiß gar nicht wie es ging, da könnte es so ne coole Angriffslinie bauen ah holy go come holy freundease get the fuck back there ok, zu spät zu spät zu spät execute all here we go here we go Q Clop, 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 clop 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 oh, da sind meine Höhen wo ist meine Höhen drolle? yo dude ich hab keinen komm mal das Punkte mehr ich hab zu viele Einheiten geh da rein du stirbst nämlich eh oh next one ich hab echt zu viele Trolle gebaut oder solche Viecher zu kleinen Lappen easy so ach, das ist schon so, jetzt haben sie mir erklärt oh, sorry, dass ich nichts rede ich bin grad ein bisschen irgendwie überfordert auf jeden Fall haben sie jetzt mir erklärt ich soll ne Power auswählen hier von den ganzen kann ich auswählen all kills earn extra resources dann taints an ariot also das bedeutet, dass erstmal das hier erstmal wenn ich was kill kriege ich extra resources hier kriege ich 50% mehr Armor auf jede Unit hier kriege ich 50% mehr Damage hier kriege ich 50% mehr Damage und hier kriege ich äh, werden so viel Leder machen also ich will das mit den Rohstoffen einfach weil ich nehm ich mach mal Reset nimmer Amor, äh Attack Go 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 machen wir alles fertig da easy da ist der Typ Klopp 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 Samwander Cave sollst du lappen ich hab doch kann nicht du naseweiß als Wunderbar Mette besterben alle miteinander der Riga ich brauche deine es ist uns es ist es Klopp 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 nicht sie ist der will die Fans ist also die sagen wir es soll sich die Fans des Upgrades kaufen warte mal da auch ja also das ist die ist also das Lorient Homebase so zu sagen und die solche jetzt zernichten aber erst soll ich hier hat die GmbH missions hier hier destroy the stronghold build up your photos striefe zu Upgrades also zwei Upgrades hier drauf ballern zack 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 oder sowas es reicht mir jetzt den ah ja passt zu go next da haben wir doch schon wieder welche also wie ihr sehen könnt die Leute diese Reiter hier wenn ich jetzt nämlich den Reiter nehme komm Nazgul schau ich lasse ihn jetzt hier so ein bisschen anlaufen die der der spikt die so über den Haufen so jetzt habe ich noch ein noch ein bisschen jetzt habe ich noch so einen gigant so einen coolen jetzt laufe ich weiter und klopp alles, was mir hinbekommt. Lauf, 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 lauf. Klopp. Klopp, klopp, klopp. Der attacking us. Es ist eher also, wie ihr sehen könnt, es ist relativ easy. Was kann der? Was kann der? Passiv. Es ist so eine Angstfaktor-Gedöns. Auch Level 3. Alter, der Typ da hinten, der hat so eins an der Waffe, der kloppt mal den ganzen Einheiten. Achtung. Ach, tisch. Äh. Miau. Alter, was? Es ist Haldir. Kein Wunder, dass das Viech so viel tankt. Okay, wir machen das jetzt alles nach dem Motto. Ich nehme jetzt den da und den da. Lass die hier runter spacken. Und dann lasse ich den Rest mal, den Haldir kloppen. Oh lol, ich kann die nicht töten. Der räumt jetzt meine Armee nacheinander auf, oder wie? Ah, there we go. Oh! Holy shit. Was ist das für eine Base? Oh, da ist nochmal so ein Troll. Q. All meine Arten. Hey, der Haldir, ey! Der ist doch ein Troll. Was zum Henker? Ja, also. Ich habe noch einen Cave Troll. Kloppt die alle. Hey, die sind... Du... Du Troll klopst es in Haldir fertig. Zack! Go and kill den. Alle Armeen auf den... Ja, endlich. Du frisst ja auch mal ein bisschen was. Ich kann ihn nicht angesehen, da jetzt. Alter, der kloppt meine ganze Armee! Ja, ich halte jetzt tot. Nice, der nächste. Der kloppt es hier mit mir. Hornways einnehmen. Und weiter geht's. Ist da oben. Habe ich hier schon wieder alles. Destroy... Oh! Free-built-etanleiter-farm-seller-farm-seller-farm-seller. Okay. Go! Hier raus? Ah, die sind dann erleben noch alle. Schön. Meine Reiter sind... Die sind viel zu schnell. Egal, klappt einfach alles. Die da drüben. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, diese ganzen Missionen hier. Ja, schnell mal hier den Tower kloppen. Ah, du, Freund Nase, kannst doch wieder mit Steinen werfen. Und das Ding da hinten kaputt machen. Da ist Galadriel und... Und... Celeborn. You will perish. Ja, ja, wir kloppen da schon einfach alles durch. Äh, Army. Army. Armee. Freu Nase. Du bist... Wir fahren zur Nase. Hey, was machen die eigentlich? Sind die eigentlich retardet? Jetzt klappt doch mal die fertig hier. Beim Westen. Galadriel, flieh! Die Elf-Queen hat es getötet. No matter, Harry. Freu Nase. La, 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 la. Aber die ganzen Helden sterben gerade, fällt mir auf. Na, school has been for us. Bla, bla, bla. Scheiß drauf, ob die sterben und ich... Oh, da ist Ding. Äh, wie sehr das fliegt daran? Ja, easy. Ja, jetzt soll ich auch noch hier reviven. Schnell den Tau da kloppen. Ich muss nur meine ganze Base noch zerstören, meine ganze Army. Beziehungsweise, was heißt meine Army? Meine Army ist schon im Arsch. Hä? Was? Töten. Sau ins Mund. Kann der irgendwas? Beziehungsweise, wie ist er in den Arm und der beschlift? Ja. Oh, halt, ist was Falsche. Ja. Mal schauen, was es noch ist. Zehn, ich kann auch keine Zehn auspielen, ist egal. Dann lass ich's mal. Q. Nicht töten. Der ist da. Der ist da. Au. Bevor... Ich muss doch schnell da oben das da einnehmen. Das wäre nämlich relativ cool. Ich werde nämlich auch diesen Bonus-Dinger haben. Ich werde diesen kleinen Troll da einnehmen. Schuss auf ihr beiden. Mal schauen, wie wir es schaffen. Go for it! Irgendwann super strength buff. Jetzt klappt die. Töte die! Oh, die Orks sind so scheiße, ganz ehrlich. Obwohl, die sind gar nicht so rum. Go, go, go. Go. Den Karren da noch. Meine Armee. Die schimmelt da einen ab. Die kann auch das Gebäude töten. Hier, ne? School-Kack-Bratzen. Kann auch mal wieder da hinlaufen. So, und jetzt töten noch die da. Ha! Nein, 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 nein! Du! Du Gesichtsgulasch! Hey! Oh, da sind ein paar mehr plötzlich. Hey, du sollst... Ach, scheiß drauf. Da mache ich es jetzt ja kaputt. Wurscht! Nein, zerstellen wir es jetzt. Dann nehmen wir halt den da oben jetzt nicht. Wurscht. So! Freunde der Nacht. Das war... ...die erste Mission. Und wir waren siegreich. Ähm... Ja. Bis zum nächsten Mal.